Yo, ihr Penisse! Okay, das war die schlimmste Begrüßung ever. Und der Ball ist der Gretchen-JK-Gamer. Ja. Und bei mir ist der Sketchy-LP dabei, also der da hinten. Der kratzt ja die vorhin. Ja, das ist... Den mit dem hab ich auch vorhin. Ja. Hab ich den ja schon abgezogen. Oh Gott, ich muss den Schädchen da kleiner stecken. Ich hab jetzt einen neuen PC und kann aufnehmen. Ohne Letzten. So, ähm, ich hab zwei Dias. Es läuft. Ich hab auf jeden Fall einen Eisenspiel. Wir spielen End-the-Games. Wir spielen End-the-Games. Ich bin ein Baban-Kid. Hä, wie soll ich das einfach weiter sagen? Ich hab... Ich hab das Kid Kangaroo und er das Baban-Kid, weil er ein Loser ist und keine Kids freigespielt kann, weil er zu schlecht ist. Oder einfach nicht süchtig genug ist. Weil es noch ein Prämier ist das unmöglich. Aber jetzt kriegt man als Prämier genauso viele Konz. Fick dich. Das ist für ein blöder Wichser. Wenn das jetzt hier zu mir setzt, dann würde ich nicht mehr... Oh, Adi, ich seh dich. Ich auch. Kratz-egal. Die 14... Oh, ich drück viel zu aufs Tab. Ich muss die Taste umlegen. Und dann geht das nicht mehr. Darf ich mir den Typen das nennen? Der hat anscheinend nicht so viel. Nee, da kriegt sie hin. Wir machen kein Team, oder? Nee, machen wir nicht. Nee. Wir töten uns nicht auch. Also nicht so offensiv Team. Aber auch nicht töten. Ich renne von dir weg, dann ist es nicht so fies. Es wär auch irgendwie assi, wenn ich dir deine Aufnahme kaputt haue. Kaputt haue. Und wirklich kaputt haue. Ich kill den Typen da. Diesen Wichser. Diesen Wichser. Dieser... Ich kann dir die Erschmetten machen, aber nö, dir doch nicht. Oh Gott, ich hab fünf Klias. Ich kill ihn. Was ist los? Hey, der kann trotzdem den Baumer bauen. Läuft bei ihm. Hey, das geht. Hast du ihn? Der hat TT geblendet. Und das bringt denen nichts. Hey, wo seid ihr? Oh, bleib jetzt stehen. Ich will den... Meiner. Hä? Du wirst dich verarschen. Ich krieg den nicht. Und ich hab Spiel-Effekt. Haha. Blöder Wienzer. Ach da! Abgestaubt. Oh, warte kurz. Ähm, schützt du mich einmal bitte? Nö. Kein Team. Nur nicht töten. Ja, mich greift einer von hin an. Janis, hilf mir bitte. Ja. Bitte. Ich hasse auch solche Pustis. Ich hab halbes Herz. Entschuldigung, wenn ich oft auf die Leertasse... So, der ist down. Schützt du mich bitte? Kann ich jetzt nicht, ich muss essen. Hast du was für mich? Ich hab neun Dias. Hast du was für mich? Oh, wir wurden getauscht. Hast du was zum Essen für mich? Ja. Komm her. Wir machen voll der Scheiß die Pusti-Di. Ich mach jetzt ne DIA-Brust. Hey, was hab ich für Equip? Hier rund ist gut. Du hast mir Essen hingeworfen. Du hast mir Essen hingeworfen. Team ist echt da, sie Adi. Deswegen will ich eigentlich... Aber ich muss kurz recken. Ich hab halbes Herz nur noch. Ich will jetzt nicht so auf dem Lief Team, wie wir es gerade getan haben. Dass ich dich gerettet hab. Ich bleibe mal ein bisschen bei dir. Nee, komm. Das übelst passiert. Das kriegst du keine gute Aufnahme hin. Das kriegst du noch nicht keine gute Aufnahme hin. Aber sonst... Goldhelm ist genauso gut wie Eisen, deswegen muss ich mir kein Wässer kommen. Da muss mein Leben rengen unbedingt. Da hinten ist der Nächste. Ja, Keline. Oh Gott, nein, ey, tötet mich. Oh Gott, er hat mir fast keinen Schaden gemacht wegen meiner Rüstung. Aber das war richtig schlecht gerade. Essen, Essen. Da liegt Zeug. Oh, jetzt ist mein Inventar voll. Wieso renne ich hier auch rein? Wie weit? Ja, ist klar! Bist du tot? Fickt euch! Ich bin von der Falle runtergefallen. Okay, jetzt weiter. So, zweiter Versuch. Janis nimmt trotzdem noch auf. Ich bin ja eben getötet worden. Oh, jetzt bleib stehen, du Wichser. Läuft bei dir. Oh, jetzt rennt... Jetzt werft deine Ender-Pelle. Hä, nie? Kein Team in Ender-Games. Äh, klar. Immer! Was geht schon los? Ich wurde gepostet. Ja, ich wurde gepostet. So, ihr Peners. Ich hab sogar Unbreak'n' One Unschaden. Oh, wie dumm der... Hehehe. So? Ja, bis jetzt schon voll viel PvP-Action war bis jetzt dabei. Voll viel Action-Maction. So. Dann geh ich nochmal zum nächsten. Oh, ich bin schon im Finale. Alter, Runde ging schnell. die die Runde ist wirklich schnell gewesen oder ist schnell heute dringend schon was ab dann habe ich schon ein Schwert der hat einfach voll dir der hat einfach voll dir unterwegs und Hex den Locker Hexern der hat Antinockbeck glaube ich bist du tot? ja der hat Antinockbeck der hat Antinockbeck bist du tot? Hex ich nehme auf ach das bist du tot? nee ich renne äh den melde ich dann mal auf jeden Fall bei Gomme HD also im Forum der hat einfach schon Eisenhelm läuft bei ihm ich nehme mir mal schon mal ein bisschen Essen mit ich schreibe ihm mal dass ich aufnehme guck habt ihr das gesehen? er schlägt mir immer so bist du tot? ne ich hab wenig Essen also die Runde wäre auf jeden Fall bei mir wäre der jetzt nicht so blöder Hecker ich kann ihn gar nicht zurückhalten den kriegt man nicht mit dem Bogen weg der hat zu viel Leben der hat auf jeden Fall also sieht man ja dass er Hex hat also jetzt das ist auch ein sieben Hecker mit mit uns zu ich hätte jetzt gerne Hext dran damit ich ihn auch erklären könnte das war auch nicht fair weil vieles ausgerückt hat und diese stattfindet nicht durch jetzt mit dir ist nächster rennt weg von mir er hat auf jeden Fall keine Skills der Hacker ähm wie weit ist der weg? er läuft weg für mich ne fuck ich kann da nicht den einfach mal so kurz hingehen und hinten weil er mich dann automatisch viel öfter hätte er läuft der die ganze Zeit weg ja und mach ihn mit dem Bogen kalt und Feuerzeit der kann nicht mehr so viel hören ja, gewonnen! Sieg versus Hacker Hacks so, ähm, ja, ich würde sagen, das war meine Runde und jetzt komm jetzt, siehst du bei mir mit beim nächsten Mal ich bin ganz gut ausgerüstet äh, bin aber weit weg so, was habe ich alles oh, wie geil Spinnenweben 39 Pfeile der muss da nicht sein das ist natürlich ne Scheiße hab ich mich erschrocken der scheiß Schaf hat grad das ok, ich mach mir schon mal ne Eisenhose ich bin fast full Iron so, läuft bei mir bin gut ausgerüstet ich schneid dann gleich mal erstmal den Hackenport ich schnud'n und dann hey, dieser Hacker oh, der Witz wer kann hacken und dann mit einer Full-Dia und dann Diaschwert gegen mich verlieren ich geh jetzt auf Menschen ich geh jetzt auf Menschen also das ist echt, ähm, schlecht hä, ich kann nicht schwinden ich geh jetzt auf Menschenjagd ich geh in eine andere Richtung suche einen hier sind auch ein Wasser in der Truhe sehr gut, acht Eisen und eine Erfahrung eine XP-Bottle da ist ein Crafting-Table ich bin erstmal relativ safe ähm, was fehlt mir? ich bin full Iron hast du das gehört? ja was war das? ich muss gucken, wie lang die auch das fasst du ah, genau acht Minuten oh, die zweite Runde hier von mir ist gut ich bin sehr gut ausgerüstet und alles nur von mir rennt dieser Ficker weg komm zu mir da oben ist er der ist richtig scheiße ausgerüstet da ist auch ein full Iron, glaube ich also ich nutze mich mal den Rest für deine Aufnahme dann das ist wieder der gleiche es leben einfach nur fünf Leute Jungs Jungs warum kämpft einer? der ist genau so ausgerüstet wie ich er hat einen klaren Vorteil, wenn er da mit mir oben ist ich geske... es werden wir zwitschern voll nicht getroffen scheiße epischfeid epischfeid ich lasse ihn alle seine Dings verballern er ist einfach Maximus LP Gott ey ich bin so bitter oh, ich hab mich so erstrecken, wo ich ins Wasser rein bin so, hab mich wieder entnotet sehr schön, sehr schön wir nennen das mal Noten, weil, Adi mal im Projekt, da hat er geschrieben, ich nutze mich kurz und wollte mir kurz schreiben weil er einfach zu behindern ist komm hier Maximus, hat der Schärfe? oder so, ist man schwer verzeugt? ich weiß nicht, ich geh jetzt auf andere Menschenjagd ich geh genau weg von ihm ich suche Janis, ich geh auf Menschenjagd jaa, du ich auch dann, 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 dann nee, ich hab mir was runter ein Erfahrungsborder hab ich ich weiß gar nicht, warum ich die geworfen hab nicht geworfen hab oh, ich freu mich schon, wenn ich diesen fucking Hacker reporten kann und ein Speedler also, Hacker sind echt die Letzten, die keinen Skill haben und dann noch gegen einen, mich verlieren pfff scheiße ja, ich komm nicht an die Truhe oh, Scheiße, Son ich suche jetzt, ich geh grad toll auf Menschenjagd let's, let's kill ihn wo ist der Typ? von da kommt der folge dem Tracker dem heiligen Tracker der ist richtig schlecht ausgerüstet ist auf jeden Fall mein Kill ok easy war schön viel Steaks, hatte der oh, drei Fahrungsverfahren da kann ich mehr Level 1 machen jetzt bräuchte ich einen Zaubertisch Janis, sag mir Janis? ja? ich spiel gegen Aratsun HD heißt der in Maykosch Aratsun HD weiß ich nicht ja, ist denn der heilig heißt in der Runde einer Aratsun HD ja, nein, jetzt heißt er Maximus Lp er wird getauscht Aratsun HD steht da also, dann ist die Spitzende Runde mit Aratsun HD das ist der heißt der Aratsun HD ja, hat mir mal einen Accounts aber nicht alle Griefer ich also wir auch sehr nicht ja, den ich kenne das Michael Griefer macht ganz gute Videos, finde ich jo das ist auf jeden Fall nicht der schlechteste Griefer er ist ein Griefer ich gehe jetzt auf die Suche nach Aratsun HD ich mag zwar nicht Griefer den 1 Server Griefer aber gleich, ich bin in 3 das kann schon los, ich bin in 3 und ich meine, ich wurde auch mal gegrieft also unser Server, weil wir dumm waren weil der noch nicht fertig war und dann hat jemand die IP aber ich, ich spiel gegen Aratsun ich will Aratsun und dann alles gegriffen weil der ja auch immer aufnimmt hat Aratsun HD ne hat er Premium? nein, da nicht mit dem Account nicht, ne ok, ich weiß es nicht oh Gott, ich hab Aids bekommen von diesen Hühnchen ich spiel's mit dem Minecraft Singleplayer weil das Internet gerade schlecht ist weil ich ähm, wo ich grad was da wurde Bogen auf Stärke jo läuft auf jeden Fall hart bei mir jetzt spricht ich gegen Maximus LP Maximus LP wo bist du Maximus LP? komm zu mir Maximus hast du Aratsun getötet? nein ich bin gleich mit ihm vielleicht im Finale jo Aratsun HD getrackt? der ist er der ist Techniker welchen Skin hat der? so ein Aratsun Skin, oder? nein, so einen anderen dann ist es nicht Aratsun er ist Techniker auf jeden Fall weil er fast Full Dia ist das steht nicht jetzt ich geh jetzt locker drauf an ihm hat er in jedem Fall eine dicker Rüstung als ich ja komm ich bin down ich lief ich mal eine Enderpelle j hombres Inside ich bin an der Enderpelle gestorben genauso wie der Hacker der ist auch an der Enderpelle gestorben aber bist du denn Hacker? ichal werden ich hab nicht auf den Namen gebracht das war doch eine schöne Runde naja mach es gutistors Yea mas Das bleibt mir gewogen. Sacre bleu. Das muss er gesagt werden, weil Jan ist das los. Tschü tschü.